erben überall das bringt uns aber nichts der schal da bringt uns hier eigentlich auch nichts weil wir kommen da sowieso nicht durch weiter zurück kommen wir nicht die kette habe ich hier jetzt eigentlich wir haben ein rohr das wird uns da war nicht viel bringen oder blasebalk wäre wahrscheinlich nicht so schlecht keine ahnung aber ich vermute mal die maske werden dafür die andere statue brauchen ich habe keine ahnung was ich mit dem hier machen soll die augen fehlen ich habe aber nichts was irgendwie augen ähnlich sein könnte das ist es ja und ich habe ein elektrischer schlüssel und nicht nur für der sein soll wird ein schlüssel benötigt ja angeblich war das ja eine keycard hier haben wir die kette aber nichts was an diese tür geht es ist doch verflucht hier was haben wir noch an möglichkeiten wir könnten jetzt so langsam mal den schnee weg machen aber das willst ja auch nicht machen weil da liegt irgendwas drin irgendwas liegt da hier ist die lampe kaputt das hat man auch schon mal gehabt aber das ist nur zum gucken da können wir auch nichts machen wäre nun mal sehr interessant hier mal was zu haben wie eine video sequenz oder so da passt hier nicht oder nee da können wir auch nur drauf gucken da sehen wir auch nur dass es eine plane ist irgendwo noch ein gerät das mit dem unteren kissen versteckt also gut die aufnahme haben wir ja also sollte ich mir jetzt eigentlich nicht solche gedanken machen da fehlt eine kugel ohne munition kriegen wir das ding nicht okay heizkörper war hier noch was das brett haben wir auch schon hier ist nur das fenster das fach ist auch schon offen da und da hinten haben wir die knarre mit der pistol äh ja die knarre mit der pistol ne ja klar nee ist nee ist klar alles in bester ordnung und hier haben wir auch nichts weiter ja inu ich lebe noch und hallo ich in medoc ja ist schön live lp ne kommst du nicht weiter so viel so viel rotze mit mit da und du hast kein plan was du wo irgendwie einsetzen könntest das ist hammer dafür brauche ich eine lochkarte eigentlich hatte das ist doch zum meuse melden ist das doch und markulas kommt auch noch mehr dazu hallöchen ja point und klick so ein ende etwa ja eigentlich ist das ja mal wimmelbild gewesen wobei das jetzt eigentlich ziemlich davon abgeht nichts hilfreiches hier merke ich schon hier ist nichts nichts hilfreiches ne oder wie war das hier habe ich auch nur die mail ich habe aber auch nur alex bringt mir also auch nichts mehr ausdruck können wir uns wohl auch nichts ist aber auch wirklich nirgendswo irgendwas was womit man mal irgendwie mal sinnvoll interagieren könnte ist es hammer irgendwo ein ganz kleiner punkt den ich übersehe oder so irgendwas muss da sein das sind nur die bilder da ist auch nichts mehr da geht es nur weiter den kasten habe ich schon hiermit kann ich eigentlich auch nichts weitermachen nichts aber wirklich gar nichts ja ich muss das wandbild rätsel lösen ist mir klar wenn mich nicht alles täuscht ist das letzte teil draußen dieser umgekippten statu und ich habe ein meißel eine spitzhacke und ein messer womit ich dieses blöde ding aufbrechen könnte aber nein ich brauche griff ich brauche griff ich brauche griff so ich habe einen griff ich brauche einen griff nehmann dolch für ist mir egal das ist doch bekloppt hier gerade also unser patient ist unterernährt und untergekühlt also da war klar dass das nicht funktioniert heißt ich habe auch eine wärmflasche ich weiß nicht ob da wasser drin ist oder nicht so eine nebenfrage irgendwie passt hier gar nicht dann könnte ich um anzünden wir gucken was passiert also unser patient ist leider klinisch tot es tut und es tut mir sehr leid dass ihn äh begünden zu müssen was ah keine ahnung ich weiß noch nicht mal wofür dieses p2501 sollte eigentlich ein 1 sein stehen soll was das ding macht wäre sie besser bis jetzt noch nicht auch so eine schöne sache ich habe ein gerät womit ich noch nicht mal was anfangen kann ja gut genauso wie der andere krimskrams da unten drin aber ich habe echt keinen plan mehr du hast auch gerät und läuft gerade also da kommen wir nicht weiter da fehlt uns irgendetwas was waren die tür machen hätte ich gesagt die handschellen hätte wahrscheinlich auch funktioniert aber will es ja nicht gut abgehakt da brauche ich nur luftzufuhr habe ich auch nichts außer eine wärmflasche die als blaseback benutzen könnte bringt mir aber nichts ja da habe ich nur alex ein neues konto das bringt uns auch nichts was haben wir denn hier was ich weiß nicht ob es viel sinn macht zu versuchen einen sinn in dieser notiz zu finden obwohl ich mich frage ob er von dem lampen an der tür zum block b spricht ich habe bemerkt dass eine von ihnen tatsächlich kaputt ist ja und da können wir auch nichts machen an dieser lampe uns fehlt die erleuchtung die lamp ist kaputt alte futz von 221 hat meine linse genommen ich habe sie gemacht und der hat sie weggenommen er hat das licht an der tür zerbrochen und sie in seiner wand versteckt ich habe ihn gesehen ich habe gesehen wie er meine linse benutzte ich habe meine linse wieder diesmal verstecke ich sie besser doch ich habe ein gerät ich habe ein gerät was läuft wird die erleuchtung weil sonst könnte ich nicht in die räume rein und dass das hier wobei auch noch fraglich ist wie lange dann noch läuft weil sprit hat er nicht viel gehabt also ein spritti ist das schon mal nicht so hier haben wir tyler cooper der bringt uns eigentlich auch nichts 19 42 19 27 19 42 ja ob die daten nützlich sein könnten ist auch fraglich und das ist unsere letzte notiz im endeffekt sind dass die auch ach ja stimmt ja da war ja was da ist ja was gewesen die aufnahme im ersten teil einmal zwei aufnahmen gefunden und das hier ist jetzt eigentlich zweiter von den dreien wir hier haben aber uns fehlt ein kassettenrekorder womit wir das abspielen können weil es dieses p 200 2502 der nachfolger von 2501 man weiß es ja nicht ich bin ja schon am verzweifeln ich bin kurz davor in schwierigkeitsgrad runter zu schrauben um zu sehen wo ich jetzt hier überhaupt weiter machen kann das ist das ist hammer so weit so weit so weit war ich meine wimmelbild noch nie also das ist das echte hammer so so verzweifelt war ich wirklich noch nie ich hatte jedes mal einen ausweg gefunden aber diesmal sitze ich wirklich in der sackgasse und das ist noch nicht mal die hälfte bitte ich habe hier noch noch block a und ach nee a ist ja abgebrannt ich meine das gewächshaus oder was das ist und habe ich noch die ganze verwaltung und alles vor mir alter sind noch mal vier bilder und vier räume ah ja nee ist klar nichts runter drehen feierklar also wenn das jetzt vorfüll effekt ist dann fresse ich ein besen hier meißel klappt nicht es sieht so aus es wäre etwas in der statue nun ja im zement um genau zu sein ich wüsste ja gern was es ist aber ich kann den zement nicht mit bloßen händen zerbrechen ja meißel fehlanzeige ok na gut ist schon mal klar ohne hammer bringt das nichts mit zack logisch sehr erklärung nein ok dann halt nicht besser nächste erklärung mit dem besser haben wir bis jetzt alles aufgestimmt aber selbst da ist verzweifelt das kann doch nie wahr sein ich krieg hier noch die krise mit der dusse vielleicht will die eine spitzhacke komm mal ja mach mal A oder mach mal B nicht guck die hast du ein Pinsel? ne nicht dass ich wüsste aber zement mit einem Pinsel mit bloßen Händen ich habe es sogar mit dem Handschuh schon ausprobiert und es funktioniert nicht naja das Spiel will mich trollen ich weiß das merke ich selber ja wir könnten das Gerät benutzen aber das will er auch nicht der Gerät der Gerät will er auch nicht ich weiß nicht wofür das Ding sein soll was was haben wir darüber geschrieben?